In Mystica geht es heute um Mystik, genauer um Meister Eckert. Willkommen zum dritten Teil mit Dr. Peter Reiter. Ich danke dir. Ja, wir haben gesprochen über den Weg des Suchenden wieder hin zu Gott. Und Meister Eckert hat ja sogar, so hast du es mal gedeutet, gesagt, es geht noch über den Gott hinaus. Wo geht es denn dahin? Ja, das ist eine spannende Frage. Und zwar in die Gottheit, in den Grund, da wo praktisch, dass alle Wasser ein Meer sind. Also wenn wir sagen, wir sind wie Wassertropfen und Gott wäre das Meer, dann gehen wir praktisch nicht nur als, wie Willi Gesäger sagt, Welle und Meer als Erscheinungen, sondern wir werden in der Essenz Wasser. Und das ist dieser Grund, wo wir alle eins sind. Ah ja, das Wasserbeispiel ist ja recht beliebt. Das wird dann oft so benannt, der Tropfen ist die Persönlichkeit und die Welle ist Gott und das Wasser ist Gott sein. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, so wie Sie es verstehen, ist das Meer das Göttliche als Ganzes. Und der Tropfen ist ja die Persönlichkeit, aber die Welle wird auch oft gedeutet als unsere tiefere Geistseele, als unser Sein. Und Welle und Meer sind verschieden und eins zugleich. Nämlich verschieden, dass die Welle nicht das ganze Meer ist. Sie hat einen Impetus, einen Vektor und eine Richtung. Während das Meer ist das Ganze. Aber wenn Welle und Meer sich vereinen, dann bleibt nur noch eins, nämlich Wasser. Und das ist, wo Meister Eckart meint, wir sollen über Gott als Erscheinender, als Satchitananda, als Vater, Sohn, Heiliger Geist hinausgehen. Und zwar in den Grund. Das wäre, wenn Vater eins wäre, Sohn zwei, Heiliger Geist die drei, dann wäre der Grund die Null. Und um das mal in einem ganz einfachen Energiebeispiel zu sagen, wie Sie Quantenphysiker sagen, das wäre reine Potentialität. So das Nullpunktfeld, aus dem alles kommt. Das Nullpunktfeld, weil alles kommt, aber man kann sich ganz einfach vorstellen wie eine Batterie. Da ist praktisch der Strom gespeichert oder das Potential, aber es ist noch nicht aktiv. Und jetzt kann ich Licht draus machen. Ich kann eine Lampe betreiben und in dem Licht sind drei Qualitäten. Nämlich, da ist Energie drin, weil da kann man auch einen Laser betreiben oder man kann was damit machen. Da ist Helligkeit drin, also Licht, wie der Logos als zweite Person und dann ist auch noch Wärme drin. Und das ist ein schönes Gleichnis für diese Dreifaltigkeit, drei in einem. Und dieses Licht ist zunächst weiß. Und wenn es sich nun bricht in die Vielfalt der Dinge, dann wird plötzlich eine Farbigkeit kommt dann da draus. Und so ungefähr stellen wir uns die Welt vor. Und genauso sagt auch Lao Tse. Aus der Null kommt die Eins, aus der Eins die Zwei, aus der Zwei die Drei und aus der Drei die Vielfalt aller Dinge. Das heißt, ich als Mensch mit meinen Gedanken bin wahrscheinlich irgendeine Farbe. Und um jetzt wieder zurückzukehren, muss ich mir erst, was muss ich tun? Alle anderen Farben wiedergewinnen? Eigentlich ganz einfach. Nein, du musst einfach realisieren, dass du Licht bist. Das heißt, die Farbe von der Farbe absehen und zur Qualität Licht. Und wenn du dann noch kannst, auch noch das Licht transzendieren, dass du reine Energie bist. Das ist reine Bewusstheit. In Tibet sagt man Rigpa, Gewahrsein. Sozusagen das Bewusstsein, wenn das Bewusstsein von etwas ist, ich bin mir von dir bewusst, ist es zerstreutes Bewusstsein. Ist es sozusagen das Alltagsbewusstsein auch. Wenn das Bewusstsein sich durch welche Meditation auch immer so sammelt, dass es plötzlich sich selber erkennt als Bewusstsein, dann ist es reines Bewusstsein oder Gewahrsein. Und darauf zielen auch viele der heutigen Lehrer ab, das zu realisieren. Und das ist der Grund, das mehr. Ja, sehr spannend. Ja, du sagtest ja auch, bei Meister Eckert finden sich jetzt gar nicht so viele Anweisungen für den ganz praktischen Weg dorthin. Aber in unserer heutigen Zeit gibt es ja verschiedene Lehren, verschiedene Wege. Was gibt es da zu beachten? Oder was kann ich tun, um langsam da wieder zurückzukehren? Also das war meine Hauptbeschäftigung meines Lebens, seit meiner Jugend neue Wege zu suchen. Weil mir die Alten, die ich auch viel studiert habe, einfach viel zu lang sind. Du kannst nicht drei Jahre Niederwerfungen machen oder wer macht schon heute noch ein Monatsretreat? Oder 20.000 Mantra sprechen und so Geschichten. Genau. Und deswegen habe ich also immer schon gesucht und bei vielen Lehrern rumgekommen in der Welt und habe am Schluss auch eigene Wege daraus konzipiert, wie man relativ schnell dahin kommen kann heutzutage und trotzdem im Alltag agieren kann und leben kann. Denn es geht eigentlich nicht darum, der Asketenweg, auch schon Buddha hat erkannt, das ist ein falscher Weg. Er hat sich ja schon umgebracht. Ein einseitiger Weg. Ja, nein, nicht bloß einseitiger ist eine Sackgasse, weil du verleugnest die Welt. Und wir wissen aus der Psychologie, was du verleugnest, wird stärker. Und, sondern wir machen den integrativen Weg. Also du musst praktisch die Dinge wieder zu dir zurücknehmen. Und so haben wir in der westlichen Psychologie Wege gefunden, wie man die Dinge viel schneller wieder in der Seele integrieren kann. Und es gibt im Prinzip eine Hauptaktion, die man machen muss für den Weg. Und das sind alle deine Ladungen auflösen. Das heißt, unser Geist ist so hin und her gezogen und so beschäftigt, weil er ständig Ladungen hat, Begierden oder Widerstände. Und wenn du die langsam auflöst, und es gibt Methoden, die sehr schnell aufzulösen, eben nicht mehr so durch lange Prozesse, dann kann man den Geist sehr schnell klären, zur Ruhe bringen. Und dann ist für den Geist ein leichtes, ihn den letzten Schritt machen zu lassen, ihn sich selber schauen zu lassen. Also ob ich jetzt in die Stille gehe oder eine Dunkelmeditation mache oder ob ich mittel im Bahnhof meinen Geist aber in mich selber kehre, das ist im Prinzip egal. Wichtig ist, dass der Geist sich selber als Bewusstheit schaut. Und integrierend, da meinst du eben vermutlich eben nicht nur den Weg der Innenschau, sondern eben zugleich diese Arbeit an den äußeren Mustern. Also so eine Verbindung verschiedener Wege. Du hast glaube ich auch mal gesagt, das Männliche und das Weibliche verbinden. Kann man das so sagen? Ja, innen wie außen heißt das alte hermetische Gesetz. Und was wir innen machen, muss sich außen zeigen. Allerdings gehen meine Wege vom Innen nach außen und nicht von außen nach innen, wie es manche Psychologen versuchen. Denn ich denke, das Kausalere ist das Innere. Und wenn du innen die Widerstände auflöst, die Begierden auflöst, jetzt kannst du immer noch Kaffee trinken und Tiramisu essen, aber du hast keine Begierde mehr dazu. Und daher tangiert es dich nicht mehr, lenkt es dich nicht mehr ab. Und so, je mehr du nicht mehr abgelenkt bist, umso mehr Gewahrsein hat man. Und umso mehr Gewahrsein, umso mehr reine Freude und Glückseligkeit. Weil das Gewahrsein hat nicht Freude, sondern das ist Freude und Glückseligkeit. Vielleicht noch eine letzte Frage. Hast du das Gefühl, dass es heute für uns Menschen einfacher geworden ist, diesen Weg zu gehen, weil es mehrere Menschen schon tun? Ja, im Prinzip, ja. Man muss ja sagen, ja und nein. In wegen den Ablenkungen manchmal auch nein. Aber es gibt ein großes Ja, weil die insgesamt kollektive Bewusstheit der Menschheit steigt. Und das Internet und alle Vernetzungen haben sehr dazu beigetragen, dass wir jetzt ein viel vernetzteres kollektives Bewusstsein haben, Informationen verbreiten sich viel schneller, Essenzen werden schneller rauskristallisiert. Und so haben wir jetzt einen riesen Vorsprung gegenüber den früheren Leuten, die erst mühsam das suchen mussten oder in Geheimschulen lernen. Wir können es fast aus dem Internet runterladen oder in meinen Retreat lernen. Alles klar. Ich danke dir. Danke. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal in Freim Mystica. Bis zum nächsten Mal.